Oh mein Gott, Leute, ich hab das Eichhörnchen von Ice Age gefunden. Am Anfang ist er die ganze Zeit zu meiner Hand gekommen und ich wusste nicht so genau, was er wollte. Er ist zum Teil sogar so richtig aufgestanden. Bis ich dann verstanden habe, dass er wahrscheinlich was zu essen sucht. Ich hatte Gott sei Dank Nüsse dabei, also hab ich sie ihm gegeben. Seine Freunde kamen da auch noch vorbei und haben so richtig reingehauen. Und so sah das Ganze dann aus, als sie gegessen haben. Ist das nicht süß? Wenn ihr wissen wollt, wo man diese Eichhörnchen finden kann, dann schreibt mir gerne in die DM.